Das war die Sonnebläste. Das ist ja pervers. Das Wetter ist ja pervers. Jetzt hat man doch meine, die wäre hier trocken, wo die Sonne die ganze Zeit geblästert. Schauen wir mal an dem blöden Belag. Weil hier ist ja trocken. Ja, der Belag ist auch noch mehr auf. Das war die Sonnebläste. Das war die Sonnebläste. Das war die Sonnebläste. Das war die Sonnebläste. Was kostet die Jahreskarte jetzt? 1500, 1600? 15, 1600 glaube ich. Hatte aber noch letzte Jahr gekauft. War so ein bisschen billiger und DSK-Rabatter. Wenn du das nach Weihnachten kaufst, kannst du dann mit der schon ab da fahren. Da fährst du im Prinzip ab 60 Pfund der linealwirtschaftliche Milliardenskarte. Ja, ich glaube 69. Da fährst du sicher irgendwas, ja. Ostern war da schon drin. Ja. Notschleife und Trompli-Strecke war dann schon. Ja. Aber Ostern so schön, wenn da irgendwas war. Ja. Trompli-Strecke gefahren. Ich war hier letztens. Ach, keine Ahnung. Bis letztens die Renault-Wochen-Indioma mit Trompli-Strecke hatte. Und da gab es ja auch Rabatt. Da kannst du also für 21 die Karte kriegen. Da musst du halt die Eintrittskarte haben. Da bin ich ein Bekannte da. Der kennt ja immer den Autohaus. Da hat man dann so Stapel Eintrittskarten mitgegeben. Der Rest könnte ich ja verschenken. Wenn ich dann mal jetzt hier ohnehin habe ich gesagt, ja. Hier habe ich 15 Eintrittskarten. Die Kollegen kommen gereicht. Ich hätte gern die Tickets dafür, ne. Ja. Die mir ohne Probleme 15 Tickets gekauft. Für den Preis von 21, ne. Da war noch böse nass, ne. Ja. Hey, wir haben so ein Platz hier mal. Da war kein Krumm. Ja. Und auf 21 oder 27 ist schon was, ne. Ich habe meine auch immer am Forum gekauft. Da geht jetzt wieder los um die Zeit. Ja. Da ist noch da. Das ist der, der aber mit der Faust da steht. Ja, ja. Ich stand da früher mal da oben im Schwedkreuz eigentlich. Ich stand da früher im Schwedkreuz, ja. Das ist richtig, ja. Da hat er mal die Stellung gewechselt. Ja, ja. Da gab es noch einen Vorraum, da haben sie den in jede mögliche Situation reingeklebt. Immer so. Ja. So geil. Ja. 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 Achso, hat eine Schicht in den Konfort bei dir dritteln. Eine Seite schwarz, eine Seite orange. Ich denke, die gehen auch ab, die Gildertrug. Das sind eigentlich die Skierer, oder? So, ja, ja. Hallo! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.